Ich hab den Katzen wieder die Go 3 angezogen, weil ich mir dachte, irgendwas hacken die beiden doch aus. Natürlich haben Apollo und ich etwas geplant. Wir wollten die ganzen feindlichen Federfressen in unserem Garten vernichten. Und wir hatten auch schon einen genialen Plan. Apollo hat sie im Visier gehabt, bis er von Mutter erwischt wurde. Hey, warte, was tust du? Nicht schon wieder, nein. Mamka, du hast ein Gesicht, welches nur eine Mamka lieben kann. Kosmos, diese Frau, die uns als Kinder entführt hat. Ich weiß, ich weiß, sie hat dich wieder abgeknutscht. Allerdings haben wir ein anderes Problem. Komm mit. Sergeant Fritz, Statusbericht. Feindliche Federfassen sitzen auf den Bäumen. Alles klar, wegtreten. Ich war so enttäuscht und musste erstmal was fressen. Zum Glück hat mir Mutter direkt die Tür aufgemacht. In dem Moment war ich so frustriert und wollte Mutter ein bisschen ärgern, hat mein Fressier auf dem Boden verteilt. Darf sie ruhig sauber machen. Danach ging es mir besser und ich wollte Apollo zur Rede stellen. Wie kannst du dich mit dem Feind verbünden? Fritz ist nicht Feind, Fritz ist Informant. Also schön, sie hat doch gesagt, die Vögel sitzen auf den Bäumen, oder? Ich sehe hier aber keine. Vielleicht falscher Baum, guck auf diesen. Okay, aber hier oben sind auch keine. Wir müssen warten. Das reichte mir, ich hab die Kameras wieder ausgezogen und sie euch in der Bio verlinkt.